Hallo, gehen wir doch einmal zusammen zum Fischen und zwar mit unserem Angelspiel ABC. Bei diesem Klassiker lernen Kinder ab 24 Monaten das Alphabet kennen, genauso wie erste Wörter zu buchstabieren. Die Box ist die Basis. Hier habe ich am Boden einmal das ABC aufgedruckt und damit erleichtert es eben Kindern auch die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge einzusortieren und somit auch das ABC zu lernen. Dann haben wir hier einmal den Deckel aus Holz mit den Aussparungen für die Fische. Der wird einfach auf die Box gesetzt und dann haben wir hier auch noch eine Katze, kommt in diese Aussparung und ich möchte dann eben auch mit den Fischen gefüttert werden. Sozusagen auch noch ein Feinmotorik-Training. Hier habe ich verschiedene Fische und in verschiedenen Farben und jeder Fisch ist sozusagen mit einem Buchstaben auf der Rückseite bedruckt. Dann lasst uns doch erst einmal die Fische nach dem Alphabet hier einsortieren. So, dann habe ich einmal noch zwei Angeln. Ich habe so einen Greifer und einfach eine Angel. Die sind magnetisch, genauso wie der obere Teil der Fische. Und so kann man natürlich erst einmal die Fische angeln. Dann nehme ich einfach einen raus und füttere ihn an die Katze. Entweder mit dem Greifer oder mit der Angel. Da wir aber hier natürlich auch verschiedene Buchstaben haben, können wir auch einfach ganz einfache Wörter bilden. Und so können Kinder nicht nur das ABC lernen, sondern auch erste einfache Wörter buchstabieren. Wie zum Beispiel können wir einmal das Wort Baumbuchstäbchen. Wir haben ein B, A, ein U und ein M.